Hallo und Willkommen beim Romane und mehr Podcast und zur zweiten Staffel, dem Jugendroman Verkehrt. Die Körpertausch-Comedy ist im Rowold Verlag erschienen. Verkehrt. 34 Elisabeth Vor der Hecke bleibe ich stehen und schaue mich um. Dann schiebe ich mich durch das Gestrüpp und schleiche über den ausgetrockneten Boden auf den Bahndamm zu. Vorsichtig drücke ich Sträucher und kleine Bäume zur Seite, kann aber dem kleinen Trampelpfad folgen, den Frank mir beschrieben hatte. Ich bin noch nie einen Bahndamm hochmarschiert. Oben angekommen stehe ich vor den Schienen. Das habe ich auch noch nie getan, Schienen einfach so überquert, ohne Schranke, ohne Übergang. Mein Herz schlägt, als ob ich etwas Verbotenes tue. Naja, gut, es ist verboten, aber ich stehle nicht oder verletze jemanden, nicht so verboten. Die großen Steine im Gleisbett knirschen unter meinen Sohlen. Leise zischen die Schienen. Ein leises, hohes Hissen. Ich bücke mich zwischen den Gleisen auf einer dunkelbraunen Bahnschwelle und beschaue mir das glänzende Metall von nahem. Ich wusste nicht, dass die zischen, die Schienen. Oben sind sie spiegelblank, abgefahren von den stählernen Rädern, zahlloser Waggons und Lokomotiven. An den Seiten sind sie rostig-braun. Krasser Kontrast. Wird das Hissen lauter oder meine ich das nur? Die Indianer haben immer ihre Ohren auf die Schienen gelegt. Mal sehen, was ich dann höre. Ich knie mich auf das Holz der Bahnschwelle und lege den Kopf auf das Gleis. Die Bolzen neben mir erscheinen riesengroß, vibrieren, die heiße Luft flimmert über der Strecke. Ja, das Zischen wird lauter. Ich spüre wirklich diese Vibra. Plötzlich bricht aus dem Unterholz auf der anderen Seite ein wahnsinniger Entlodenmantel und springt brüllend mit beiden Armen ausgebreitet auf mich zu. Junge! Ich schnelle hoch, da hat er mich schon gepackt und zerrt mich zu sich. Ich pralle gegen seinen massigen Körper, spüre seinen schmuddeligen Bart in meinem Gesicht und, ohne dass ich mich wehren kann, schmeißt er mich auf den Boden und sich auf mich. Mir bleibt die Luft weg, ich rieche nur seinen alten Männer Schweißgestank. Mutti, hilf! Da donnert ein Zug, keine Armlänge an uns vorbei. Mir bleibt vor Überraschung und der spürbaren Gewalt des Zuges die Luft weg. Wir schweigen. Der Mann hält die Augen geschlossen und mich fest. Ich zerre, keine Chance. Endlos poltern die Räder der Güterwaggons neben uns über die Schienennähte. Hat er mir gerade das Leben gerettet? Der Fahrtwind weht seine ungepflegten langen Haare durcheinander, der Bart bebt, als hätte er ein Eigenleben. Mit dem letzten Kesselwagen verschwindet das Getöse und der Wind. Stille. Sein schwerer Atem. Der Gestank nach Alkohol und altem Männerschweiß hüllt mich ein. Tränen schießen mir in die Augen. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, warum. Und dann doch irgendwie so viele Gründe. Der Mann öffnet seine Augen. Gleichzeitig verzerrt sich sein Gesicht vor Wut und er brüllt los. Junge! Junge! Bist du... Was soll das? Was soll das jetzt bloß? Was machst du denn? Lieber Himmel! Lieber Himmel! Er rappelt sich hoch. Du kannst doch nicht. Du bist... Er zeigt abwechselnd auf die Schienen und auf mich. Zwischendurch streicht er sich über sein strubbeliges Haar. Verrückt! Himmel! Was ist mit dir? Was ist mit dir bloß los? Fragt er. Mein Rücken klebt am Boden, als sei der Schotter an meinem Rücken geschnallt. Ich komme einfach nicht hoch. Tränen rinnen aus meinen Augen rasch hintereinander. Heulst du jetzt? Jetzt heult er! Jetzt heult er! Er klatscht sich auf die Schenkel. Bist du... bist du depressiv? Nein, sage ich erstickt. Unglücklich verliebt? Nein. Ja, was dann? Nichts. Ich lehne mich auf meine Ellbogen. Du willst mir erzählen, du hast wegen nichts den Kopf auf die Schienen gelegt und auf den Zug gewartet? Dieser Mann hat mir mein Leben gerettet. Meins und Franks. Seine Brust hebt und senkt sich. Er atmet mit offenem Mund. Die Arme hat er leicht abgewinkelt. Seine Finger bewegen sich sinnlos. Ich reiße mich jetzt zusammen, um mich bloß nicht mit dem Namen zu vertun und sage. Ich heiße Frank. Seine Haltung erschlafft mit einmal. Er legt den Kopf schief und blinzelt mich an, als hätte er einen Traum. Frank? Junge, 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 Junge. Und sie? Ey, bin ich zu hart auf dir gelandet? Wieso? Wer sind sie? Oder kennt er mich? Frank! Ich bin's. Pernod. Mach keinen Scheiß. Brummt dir der Schädel oder so? Nein, tut er nicht. Ich muss etwas Falsches gesagt haben. Ich schüttel den Kopf. Junge, 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 Junge. Ich bin alt und du bist jung. Und ich habe in meinem Leben schon viele Menschen gekannt, die mich auf einmal nicht mehr kennen wollten. Ich habe damit kein Problem, auch wenn es schade ist, wenn du mich nicht mehr grüßen willst. Du musst nicht so tun, als ob wir uns nicht kennen würden. Sag einfach Bescheid. Das geht zu weit. Ich finde vor allem, nachdem ich dein kleines Spatzenhirn für ein paar tausend Tonnen Starr gerettet habe. Dankbarkeit ist wirklich selten geworden in dieser Welt. Sei wenigstens ehrlich. Du hast auf mich immer einen aufrichtigen Eindruck gemacht. Sag einfach. Ey, Pernod. Ich möchte nicht mehr, dass wir miteinander reden. Das kann ich verstehen. Hat Harry dir das verboten? Nein, 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 nein. Er kennt Harry? Also kennt er Frank? Was kennt Frank nur für Gestalten? Pernod. Pernod und er müssen sich getroffen haben. Der kennt sogar Harry mit Namen. Stehe auf. Nein, ich war nur, sorry, durcheinander. Es war knapp eben. Geht schon wieder. Pernod. Natürlich will ich dich weiterkennen. Harry hat nichts verboten. Prima. Ja. Ich weiche ein paar Schritte weg von dem Gleis. Warum, Junge, hast du das getan? Er fragt in einem ruhigen Ton und kniet sich vor mir hin und legt eine Hand auf meine Schulter. Ich habe nicht aufgepasst. Wie? Ich habe den Zug nicht kommen sehen. Dann geht mal über die Gleise, wenn man ihn nicht kommen sieht. Man legt aber nicht seine Birne drauf. Warum wolltest du dich umbringen? Er denkt wirklich, ich wollte mich umbringen. Natürlich, so muss es ja auch ausgesehen haben. Ich sage, nein, 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 nein. Das war wegen den Indianern. Er steht auf, nur die Augen rollen nach links und nach rechts. Dann dreht er sich blitzschnell um, wirft den Kopf von einer Richtung in die andere, als würden wir belauert. Schaut mich wieder an. Welche Indianer. Die haben doch so gehört, ob ein Zug kommt in den Filmen. Aha, ach so. Ja, wenn er am Horizont ein Punkt war. Nicht, wenn er aus 50 Metern auf einen zu rast. Das hier sah nach was anderem aus. War es nicht. Du kannst mit mir reden, wenn du magst. Oder... Nein. Sind es die Punks in der Schule, die dich wegen deiner Nase ärgern? Scheiße. Irgendwann nagt das an einem. Das kann ja keiner aushalten. Das verstehe ich. Auch wenn du das bisher immer gut ignoriert hast. Oh, scheiße, Frank. Du hast ihm davon erzählt, von deinem Spitznamen, von den anderen. Wir haben doch nur... Ich wollte doch... Das war doch nicht... Oh, ich fühl mich super schlecht. Das ist es, ne? Deswegen, deswegen. Ich habe nicht versucht, mich um... Hör mal, das ist dein Alter. Ist alles okay. Aber man sollte es nicht tun. Wirklich, es war kein... Ich weiß, jetzt kommen die Mädels ins Spiel in deinem Alter. Da ist das schon so was. Da verschieben sich einige Dinge gewaltig. Frag mal Harry. Ja, denke ich, der ist da eine ganz große Hilfe. Ich spreche jetzt mal von Mann zu Mann zu dir. Hurra. Als ich so alt war wie du. Wir haben ganz langsam begonnen, einen schmalen Pfad durch den Busch zu folgen. Ich gehe mit einem fremden Mann in den Wald. Er hat mir das Leben gerettet. Dieser Albtraum muss ganz schnell ein Ende haben. Der Versuch muss klappen. 35. Frank. Ich steige aus und schmeiße die Porsche-Tür zu. Mutti gibt Gas. Der Motor rührt auf. Kurz quietschen die Reifen. Stil hat sie. Elisabeth. Eva tippt mir auf die Schulter. Mein Name geht mir in seiner Länge auf den Geist. Wie konnte Elisabeth das die ganzen Jahre aushalten? Sie hält mich an den Schultern fest, beugt sich vor und haucht mir ihr gesamtes Lungenvolumen ins Gesicht. Und? Was und? Riecht nicht mehr mein Atem, oder? Nein. Und ich denke mir, das habe ich doch nur gesagt, weil du mich als Frank beleidigt hast. OMG, bin ich froh. Danke, dass du mir das gesagt hast. Daran erkennt man echte Freundinnen. Ich bin gleich zum Zahnarzt und habe auf eine Tiefenreinigung bestanden. Mit Betäubung. Ober- und Unterkiefer. Hat danach trotzdem noch ganz schön gezogen, sage ich dir. Werde ich jetzt alle halbe Jahr machen. Das ist der Schmerz wert. Oh ja, denke ich. OMG. Ich bin voll zufrieden mit mir und sage, hat sich gelohnt. Echt. Aber eins noch. Nenn mich nicht mehr Elisabeth. Nenn mich Liz. Wie? Nenn mich Liz. Hä? Warum? Liz reicht. Liz? Ja, Liz. Verstehst du? Kurz für Elisabeth. Liz? Ja? Hast du verschlafen, Liz? Ja, aber ich habe es rechtzeitig noch geschafft. Ohne dich anzuziehen? Bin ich jetzt nackt oder was? Nein, aber was ist mit deinen Klamotten? Sie zeigt auf meinen T-Shirt und die Jeans darunter. Soll damit sein? Nicht gerade. Gerade richtig. Ich gehe los über den Schulhof. Sie folgt mir leicht versetzt hinter mir. Geschminkt hast du dich auch nicht. Bin ich dir jetzt zu hässlich? Nein, aber na, passt doch dann. Ist jetzt der neue Style. Wer sagt das denn? Ich? Benner-Style? Ich bleibe ruckartig stehen, drehe mich um. Sie läuft gegen mich, prallt ab und geht einen Schritt zurück. Pass auf, was du sagst. Was ist denn heute los mit dir? Wow, die riecht aber gut. Nichts. Mag's nur nicht, wenn man sich... Ach. Hey, ihr zwei, ruft Clarissa und kommt zu uns angefedert. Hi, sagen wir zusammen. Auch sie mustert mich rauf und runter. Eva zeigt auf mich und übernimmt die Erklärung. Ist der neue Style. Der neue Style von Liz. Liz? Ihr neues Ich. Aha. Und die striemen am Hals? Fragt Clarissa. Die hatte ich noch gar nicht gesehen, meint Eva. Und es sieht aus, als beschnuppere sie mich von nahm. Gehend rede ich weiter. Hm. Ihr kennt doch Andi, den aus der Zehnten. Ja, boah, sagt Eva. Stabhochsprung Andi, ergänzt Clarissa. Genau der. Was ist mit dem? fragt sie wieder. Eva wischt sich unsichtbaren Speichel weg. Sabber, sabber. Naja, sage ich, der hat ja schon eine Weile ein Auge auf mich geworfen und... Was? Nein. Doch, sage ich. Auf jeden Fall, ich spazier so gestern die Straße runter. OMG, was, was, was? Ich sag halt nur, es war eine kurze Nacht und ihr solltet mal seine Handgelenke und Knöchel sehen, wie die erst aussehen. Die beiden glotzen abwechselnd mich und sich mit offenen Mündern an, unsicher, ob sie lachen oder ausschwärmen und es jedem erzählen sollen. Dann kann ich nicht mehr meine Fassade aufrechterhalten und lache los. Sie ebenso, beide erleichtert, nicht geschätzte fünf Jahre in ihrer Entwicklung hinter ihrer Freundin Liz zurückgefallen zu sein. Geiles Story, sagt Clarissa. Wir lachen noch, als wir das Gebäude betreten. Eva tippt mir an den Hals. Und woher hast du? Ist ein seltener Ausschlag, sage ich. Ihr Arm zuckt zurück. Nicht ansteckend, sage ich wieder. Hast du schon gepackt, fragt mich Clarissa. Ich sage, nein. Ich hätte schon alles dreimal ein- und wieder ausgepackt. Aha, sage ich. Bist du gar nicht aufgeregt, fragt sie. Sollte ich? Also ich wäre es, wenn ich übermorgen in Singapur wäre. Wer? Na du. Hallo? Äh, wo? Singapur. Singapur? Ich bleibe im Flur stehen. Das exotische Wort heilt im kahlen Gang nach. Ich fliege nach Singapur? Ja. Oder hast du uns nur einen erzählt? Oder ist es gecancelt? Boah, wie geil ist das denn, staune ich laut. Sehr, sagt Eva und die beiden blicken sich irritiert an. Und ich, ey, Singapur? Naja, hauptsächlich ja Thailand, sagt Clarissa. Thailand, Singapur, lasse ich mir die Orte auf der Zunge zergehen. Du tust gerade so, als hörst du das erste Mal davon. Ach, ich glaube es erst, wenn ich so richtig da bin. Am Flurende steht die Tür zu unserem Klassenraum offen. Wir schlendern weiter. In den Schaukästen an den Wänden sind Bilder aus dem Kunstunterricht aufgehangen. Das wäre der Hammer, ey. Fliegen? Ich? In einem Flugzeug? Und zum ersten Mal? Und dann direkt nach Singapur? Thailand? Strand? Thai-Boxen live? Liz? Ja, sage ich und dreh mich um. Sie stehen vor der Klassenraumtür. Ich bin vorbeigelaufen. Liz, was ist denn los mit dir? Ich sage, ist die Vorfreude. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Wenn ja, dann like doch bitte oder teile oder schreib eine kurze Rezension oder erzähl einfach anderen von Verkehrt. Ich würde mich super freuen. Die Musik ist vom Kölner Ambient-Musiker Max Würden. Seine Songs könnt ihr auf Bandcamp hören. Links sind in der Beschreibung. Geschichte und Stimme ist von mir, Thorsten Esch. Meine Romane gibt es in allen guten Buchhandlungen oder im Internet. Bis bald wieder bei Romane und mehr und Verkehrt.